Moin moin Leute und damit herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch gleich ein paar Ausschnitte, so als kleinen Vorgeschmack, was es bald auf meinem Kanal zu sehen gibt. Und vorweg wollte ich nur sagen, dass ich keine langfristigen Projekte bringen werde. Was ihr denke ich mal auch sehen werdet, weil die Spiele, die ich gleich zeigen werde, die sind nicht dazu gedacht, um irgendwelche Projekte zu machen. Ich habe einen zweiten Kanal, wo ich anfangs Let's Plays gemacht habe, aber das wurde mir irgendwie zu doof, weil wenn man Let's Plays macht, dann muss man auch wirklich eigentlich das Spiel durchspielen, ist ja klar. Und dann ist man irgendwann ab einem gewissen Grad gezwungen aufzunehmen, weil man hat eben keine Folgen mehr, um sie hochzuladen. Und es wurde mir alles irgendwie ein bisschen zu doof und da habe ich mir gedacht, ja machst du einfach mal so, wenn du Bock hast aufzunehmen, dann nimmst du auf. Und genau das werde ich auf diesem Kanal hier machen. Und deswegen kommen wir jetzt ein paar Ausschnitte aus Spielen und dann, ja, sehen wir uns danach wieder. Spielen und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Spielen und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Spielen und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Spielen und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Spielen und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. losgehen. Ja, damit sei eigentlich alles gesagt und dann hoch rein!